Hallöchne Lieben! Herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich hoffe, ich glaube der Sound ist katastrophal. Ich weiß, es tut mir auch echt leid. Aber ich wollte kurz... Wow, das hat gerade voll gepasst. Ich wollte kurz was ankündigen und zwar, ich war ja in letzter Zeit ein wenig inaktiv und ich möchte das ein bisschen wieder ändern. Das hatte viel mit meinem Privaten und so weiter zu tun, aber da hat sich jetzt ein bisschen was umgestellt. Deshalb habe ich jetzt auch wieder mehr Zeit und auch mit meiner Technik. Ihr hört ja, das Mikrofon ist grauenvoll. Außerdem habe ich momentan kein richtiges Render-Schneideprogramm, was mir so zusagt. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen, was mir dazu sagt. Und ja, aber ich möchte halt ein bisschen wieder mehr machen. Und angefangen habe ich jetzt eben schon wieder mehr mit Streamen auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich möchte das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen professioneller machen. So professionell, wie es bei mir eben sein kann. Ihr kennt mich ja. Da passt, klappt dann immer irgendwas nicht. Aber naja, jedenfalls habe ich mich jetzt auch für die Twitch-Partnerschaft beworben. Und ja, ich dachte mir, weil ich so oft auch lese, dass ihr doch wieder, hier, wo bist du? Bist du tot? Mach doch mal wieder was. Dachte ich, da könnt ihr mit dazu beitragen. Und zwar wird darüber auch entschieden, ob das jetzt klappt und so weiter. Wie viele mir zugucken. Und da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, das war jetzt einfach mal so eine Idee, was ich schon lange eigentlich hatte, aber nie angegangen bin. Weil ich das immer nur so klein irgendwie immer mal gemacht habe. Aber ich hätte schon Lust, das einfach irgendwie so einen Zeitplan zu machen und da feste Streamzeiten zu haben. Und da dachte ich mir, ja, ich probiere es jetzt einfach mal und ja, alles, was ihr machen könnt oder müsst, ist einfach zugucken, wenn ihr das möchtet natürlich nur. Wenn nicht, dann ist das gar kein Thema nur. Ich glaube, dass viele vielleicht da gar nicht drauf gepolt sind, dass ich da auch zu erreichen bin, dort auch streame. Und die sich denken, Mensch, von der Külli gibt es gar nichts mehr. Aber doch, ich streame. Ich streame wieder. Ich möchte mehr streamen. Und möchte versuchen, das so ein bisschen voll krass zu machen. Und ja. Genau. Link ist, wie gesagt, in der Info, in der Videobeschreibung. So. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mir folgt. und zuguckt. Das hört sich voll falsch an, wenn ihr mir da zuguckt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich will es jetzt auch gar nicht noch länger in die Länge ziehen. Ja. Und wollte nur diese Info kurz durchgeben. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Weil wäre schon cool irgendwie. Und ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Sonntag. und meine Fingernägel sind, ja, Beauty-YouTuber werde ich niemals. Und ja, ich werde es dann auch noch streamen. Ja. Also, ihr Lieben. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Also, Lieben. Ich habe euch lieb. Herz für euch. Tschüdelü. Tschüdelü. Tschüdelü.